Ich rufe Tagesordnungspunkt 101 auf, den Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde Reihen. Er steht für durchlöchertes Nachtflugverbot und Lohndumping. Die Landesregierung lässt sich auf der Nase herumtanzen. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abg. Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren immer wieder über Ryanair, über geprellte Steuern, scheinselbstständige Piloten, das Ausnutzen von Subventionen, über die schlechten Arbeitsbedingungen und den dadurch ausgelösten Druck auf die Beschäftigten bei den anderen Airlines und am Boden. Das Unternehmen hat mit seinen Praktiken Erfolg. Gerade ging Meldungen von neuen Rekordgewinnen durch die Presse. Aber nicht nur bei den Gewinnen gibt es Rekorde. Auch bei den Verstößen gegen das Nachtflugverbot in Frankfurt stellt diese Airline Rekorde auf. Im April landete Ryanair sage und schreibe 40-mal nach 23 Uhr. Zur Erinnerung, ab 23 Uhr gilt das Nachtflugverbot in Frankfurt. Nur leider scherzt sich Ryanair nicht drum. Die Hälfte aller zu späten Landungen in diesem Jahr geht auf das Konto von Ryanair, obwohl sie nur einen kleinen Anteil am Flugverkehr in Frankfurt hat. Irgendwas macht Ryanair also anders als die anderen Fluggesellschaften. Sie fliegen die gleichen Flugzeuge, sie fliegen in den meisten Fällen die gleichen Strecken. Trotzdem sind sie dauernd verspätet und verstoßen rechnerisch täglich gegen das Nachtflugverbot. Meine Damen und Herren, das ist kein Zufall, das hat Methode. Die Flugpläne sind so auf Kante genäht, dass sie nur mit Glück einzuhalten sind. Es ist Teil des Geschäftsmodells von Ryanair, dass die Passagiere im Zweifelsfall lieber stundenlang auf den Flieger warten, statt dass der auch nur eine Minute zu lang am Boden steht. Fraport, mehrheitlich im Besitz des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt, trägt diesem Geschäftsmodell Rechnung und hat Ryanair sogar gezielt angelockt mit Rabatten, die Minister Al-Wazir genehmigt hat, und mit dem Versprechen, dass die Abfertigung am Boden in nur 25 Minuten statt den bisher üblichen 45 Minuten erfolgt. Das ist an einem Flughafen in dieser Größe aber oft nicht zu schaffen. Vor allem, meine Damen und Herren, das geht auf die Knochen der hart arbeitenden Menschen bei den Bodenverkehrsdiensten und das überhaupt nicht hinzunehmen. Ryanair plant aber nicht nur in Frankfurt so knapp, sondern auch an anderen Flughäfen. Zur Veranschaulichung ein Beispiel aus dem bisherigen Rekordmonat April, genauer gesagt vom 12. April. Das Flugzeug mit der Kennung EIDAM war tagsüber bereits von Frankfurt nach Glasgow geflogen und zurück, dann nach Pisa und zurück. Das ist jeweils mit knappes möglichen Wendezeiten. Nun kommt der Flieger schon nachmittags zu spät aus Pisa nach Frankfurt. Als er in Frankfurt landete, sollte er eigentlich schon längst auf dem Weg nach London sein, weil er um 5.30 Uhr abends in Frankfurt schon wieder landen sollte. Für solche nicht unüblichen Verspätungen gibt es bei Ryanairbag keinerlei Puffer, weil nur 25 Minuten für Passagierwechse und Gepäck eingeplant sind. In London verliert der Flieger noch einmal Zeit. Er startet erst kurz vor 23 Uhr deutscher Zeit in London. Beim Start ist also klar, er kann das Nachflugverbot in Frankfurt gar nicht einhalten. So summieren sich die Verspätungen über den Tag. Der Flieger ist erst um Mitternacht im Anflug in Frankfurt. Er erhält dann aber in dieser Nacht keine landenden Erlaubnis, weil es schon eine Minute nach zwölf ist. Drei Minuten vorher hätte er noch landen können. Die Maschine fliegt also in niedriger Höhe über Flörsheim, und die Passagiere sind schließlich gegen halb eins in Hahn statt um halb elf in Frankfurt. So viel zum Ryanair-Flugplan. Ich bin der Meinung, da kann man auch Lotto spielen, weil man nie weiß, wo man mit Ryanair ankommt. Meine Damen und Herren, einer der wider Willen in Hahn gelandeten Passagiere beschwerte sich danach auf Twitter, der Pilot habe durchgesagt, dass sie in Frankfurt nicht landen durften, weil sie eine Minute über das Nachflugverbot gewesen sei. Es ist aber nicht eine Minute gewesen, sondern es waren 61 Minuten. Ich finde, an diesem Detail zeigt sich doch, dass Ryanair diese Toleranz, diese Stunde ganz selbstverständlich einplant. Sonst wären sie auch nicht mehr kurz vor elf deutscher Zeit in London gestartet. Dann sagt der Minister, dass nach jeder verspäteten Landung der vermutlich scheinselbstständige Pilot dann noch im Cockpit zu den Gründen der Bespätung befragt wird. Aber was soll denn der antworten? Das Nachflugverbot wird doch gezielt unterlaufen. Wir sind der Meinung, das darf die Landesregierung nicht tatenlos hinnehmen. Nach Planfeststellungsbeschluss sind verspätete Landungen in der Zeit von 23 Uhr bis 0 Uhr, nur dann zulässig, wenn sich die Verspätung nicht schon aus der Flugplangestaltung ergibt. Aber wer sich diese Flugpläne anschaut, der sieht doch, dass das gar nicht funktionieren kann bzw. nur bei bestem Wetter, ohne Verzögerung und wenn gerade keine Grippewelle ist. Diese Praxis geht auf Kosten der Passagiere, der Beschäftigten bei Ryanair, bei den Bodenverkehrsdiensten, die ständig unter Zeitdruck stehen bei ihren sicherheitsrelevanten Tätigkeiten. Es geht auf Kosten der Beschäftigten bei den anderen Airlines, die unter Druck geraten, Standards ebenfalls abzusenken – Stichwort Eurowings. Und natürlich geht es auf Kosten der lahmgeplanten Anwohner, denen beim Bau der Nordwestlandebahn ein Nachflugverbot zugesichert wird. Ich komme zum Schluss. Eigentlich bräuchten wir ein achtstündiges Nachflugverbot. Aktuell sind es nur sechs, und selbst sie werden nicht eingehalten. Das ist ein untragbarer Zustand. Die Landesregierung lässt sich von Ryanair auf der Nase herumtanzen und macht ab und zu einmal eine wütende PE. Das ist zu wenig, und deswegen fordern wir Sie auf, stellen Sie das Nachflugverbot wieder her. Sorgen Sie für die Nachtruhe der Menschen in Rhein-Main. Unterbinden Sie endlich die Geschäftspolitik eines – Frau Kollegin. – Letzter Satz. Das Rekordgewinne auf Kosten der Menschen macht. Der Frankfurter Flughafen braucht keinen Billigflugsteig und nicht noch mehr Dumping-Airlines, sondern Schutz vor Fluglärm und Sozialdumping. In diesem Sinne unterstützen wir auch die 250. Montagsdemonstration am Frankfurter Flughafen, die im Juni stattfindet. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Wissler. – Als Nächster hat sich die Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ein bisschen befremdlich, dass ich hier sozusagen die Gegenrede halten muss. Frau Wissler, ich kritisiere den Wirtschafts- und Verkehrsminister auch zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Da hat man auch immer einen Riesenspaß daran. Aber ganz ehrlich, weil wir uns eben fest vorgenommen haben, bei den Fakten zu bleiben, wäre es doch gut, Frau Wissler, wenn Sie zumindest zur Kenntnis nehmen. Es gibt dauerhafte Berichte im Verkehrsausschuss, wo die Mitglieder im Ausschuss deutlich gemacht haben, dass die Verspätungen, die Ryanair verursacht, aufgefallen sind, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob das sozusagen zum Geschäftsmodell gehört. Zur Ehrlichkeit wäre es gut gewesen, Sie hätten es zumindest einmal angesprochen. Die Landesregierung mit dem Verkehrsminister Al-Wazir hat zwei Verfahren beim Regierungspräsidium in Darmstadt eingeleitet. Dass das Ihnen vielleicht alles nicht schnell genug geht und dass diese Verfahren abgewartet werden müssen, zeugt davon, dass Sie null Verständnis für einen Rechtsstaat haben. Sie haben dann null Verständnis für ein rechtsstaatliches Verfahren. Ja, natürlich. Aber man muss doch das Ergebnis irgendwann einmal abwarten. Man muss das Ergebnis doch einmal abwarten. Meine Damen und Herren, dass auch Sie jetzt wiederum den Vorwurf machen an das Wirtschaftsministerium, die die Rabattstaffel, die Fraport vorgeschlagen hat, dann genehmigt hat, dass die Genehmigungsbehörde gar nicht anders kann, als abzuwägen, gibt es jetzt hier eine Benachteiligung von Wettbewerbern, ist das eine ausgeglichene Rabattstaffel, die keine Lex Ryanair ist. Meine Damen und Herren, das haben wir auch oft genug debattiert. Ich kann an dieser Stelle dem Verkehrsminister keine Vorwürfe machen. Keine Vorwürfe machen. Jetzt kommen wir einmal zu der Frage der Arbeitsplatzbedingungen. Frau Wissler, ich frage mich eigentlich immer, wenn Sie jetzt den Frontalangriff auf Ryanair konzentrieren, was Sie eigentlich damit erreichen wollen. Glauben Sie allen Ernstes, dass das Unternehmen, weil Sie das hier permanent am Pult kritisieren, dass das Unternehmen deswegen vom Frankfurter Flughafen wieder abrückt, dass Sie sagen, okay, dann gehen wir aus Hessen weg. Was wollen Sie erreichen? Dass die dann wieder ab Erfurt fliegen, wo die LINKEN die Landesregierung stellen, oder dass die wieder ab Rheinland-Pfalz fliegen? Ich weiß gar nicht, was Sie damit erreichen wollen. Frau Wissler, es ist doch naiv zu glauben, dass sich das Unternehmen von Ihnen und von solchen Debatten in irgendeiner Art und Weise davon beeindrucken lässt. Meine Damen und Herren, dass das Thema so sehr verfehlt, was die LINKEN hier permanent versuchen. Wenn Sie hier einmal einen Antrag einbringen würden, dass wir uns wirklich mit dem Geschäftsmodell, das eigentliche Geschäftsmodell bei Ryanair, also mit den Beschäftigungsverhältnissen, dass Piloten als Freiberufler beschäftigt werden, dass sie sich bei einem irischen Versicherungsunternehmen versichern müssen, wo dann die Beiträge noch nicht einmal abgeführt werden, was zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung führt, zu anderen, zu deutschen Unternehmen. Meine Damen und Herren, auf das eigentliche Kernproblem gehen Sie doch überhaupt nicht ein. Ich verstehe das nicht. Wenn das wirklich der Angriff ist, dann hätten Sie wahrscheinlich hier sogar einige Kollegen hinter sich, die mit Ihnen diesen Weg beschreiben würden. Aber Sie poltern hier eigentlich nur herum, weil es Ihnen darum geht, irgendwo den Flughafen immer wieder zu thematisieren, mit einem Geschäftsmodell. Meine Damen und Herren, Sie gehen komplett am Thema vorbei. Was es dann noch problematischer macht, ist die Tatsache, das hat der Verkehrsminister in der letzten Sitzung ausgeführt, das Unternehmen, das in den letzten Monaten am häufigsten gegen das Nachflugverbot verstoßen hat, war die Condor. Wollen Sie denn jetzt auch gegen die Condor ins Feld gehen? Warum halten Sie die Rede denn nicht und sagen, die Condor muss auch bestraft werden? Das eine werde ich Ihnen sagen. Wenn Sie harte drakonische Maßnahmen bei Ryanair fordern, dann wird es nicht bei Ryanair bleiben. Dann wird jedes andere Unternehmen, das am Frankfurter Flughafen ist, auch von diesen drakonischen Maßnahmen betroffen sein. Das trifft dann von allen Dingen ein Unternehmen wie die Condor, die sowieso schon in einem härten Wettbewerb sind und davon hunderte Arbeitsplätze in Hessen abhängig sind. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Jetzt liegt mir eine vor. Bitte sehr, Herr Kollege Boddenberg, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Wissler, es ist zunächst einmal völlig okay, dass wir erneut über den Flughafen diskutieren. Insofern freue ich mich darüber, dass wir vielleicht die Gelegenheit haben, die Thematik, die Sie angesprochen haben, ein bisschen differenzierter betrachten zu können. Zunächst einmal reden wir über zwei Problemkreise. Das eine ist das, was Sie zu Ryanair sagen. Da teilen viele durchaus die Kritik an der Unternehmensführung. Die Frage ist, ob wir irgendeine rechtliche Handhabe haben, dort einzugreifen. Ich will bei der Gelegenheit, das habe ich bei der letzten Diskussion vor einem Jahr schon einmal gesagt, daran erinnern. Wenn wir das bei Ryanair kritisieren sollten, sollten wir nicht vor anderen Airlines halten, die in Frankfurt landen und starten. Sie hätten beispielsweise über die Aeroflot reden können oder über persische Fluglinien, bei denen Beschäftigte den Chef fragen müssen, ob sie heiraten dürfen. Diese Debatte finde ich ein bisschen schräg, wenn Sie sie so zusammenrühren als einen Themenkomplex. Wir reden aber über zwei Themenkomplexe. Das Zweite ist, dass nicht nur Ryanair verspätet sich. Es verspäten sich auch andere Airlines. Das ist gerade von Herrn Kollegen Lenders gesagt worden. Ich will ausdrücklich sagen, dass es völlig inakzeptabel ist. Es gibt sehr glasklare Regeln im Planfeststellungsbeschluss, wie Verspätungen und wann Verspätungen sein dürfen, nämlich dann, wenn sie nicht schon durch den Flugplan bedingt sind. Das wissen Sie alles, und das haben Sie auch vorgetragen. Wir sind der festen Überzeugung nach wie vor, dass wir eine gute Regelung im Planfeststellungsbeschluss haben. Wir müssen aber natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Regeln dort eingehalten werden. Wenn sich das, was eben angesprochen worden ist, das Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Ryanair so darstellen, dass es solche Verstöße vorsätzlich gibt, dann gibt es Bußgelder, wie Sie vielleicht wissen, in der Höhe bis zu 50.000 €. Jetzt warten wir diese Verfahren ab. Ich sage aber generell, wenn sich das verspätete Landen in Frankfurt nicht ändern, ist meine Aufforderung, auch an Fraport die Gebührenspreizung für Lärmentgelte, auch Entgelte für den Zeitraum nach 23 Uhr, weiterzuentwickeln und möglicherweise drastisch zu verteuern, wenn jemand zu spät kommt. Da wird allerdings, das Gebührenrecht gibt uns dort strenge Vorgaben, einiges an intensiver Diskussion stattfinden müssen. Insofern tage ich vor, dass wir jetzt erst einmal abwarten, was dort passiert. Ich will bei der Gelegenheit, da Sie eigentlich immer wieder eine generalpauschale Kritik an der Entwicklung des Frankfurter Flughafens äußern, zwei Dinge noch einmal zu den LINKEN sagen. Erstens. So, wie Sie sich dort gerieren und in vielen anderen Bereichen auch, aber gerade auch zu der Frage des Frankfurter Flughafensverhaltens, sind Sie die Partei, die mit Abstand aber als immer feindlichste Partei im Hessischen Landtag. Man muss es immer wieder sagen, Sie haben immer gefordert, baut die Bahn zurück. Ihr hättet sie gar nicht in Betrieb nehmen dürfen. Geht zurück auf Los. 380.000 Flugbewegungen. Das würde, ich sage das einmal in Richtung des Publikums, das uns zuhört, 15.000 Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen kosten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Zahlen, wissen Sie ganz genau wie ich, sind x-fach begutachtet worden. Ich kann sie Ihnen gerne noch einmal vorrechnen. Das schaffe ich aber nicht in der Aktuellen Stunde. Diese Landesregierung hat dafür gesorgt, dass es am Frankfurter Flughafen nachts deutlich ruhiger und besser geworden ist. Herr Schaus, wir hatten früher 47 bis 49 Flugbewegungen in der Mediationsnacht. Wir sind jetzt im Schnitt mit verspäteten Starts und den Landungen, über die wir heute reden, bei 3,5. Noch einmal. Über 50 Flugbewegungen in der Mediationsnacht bis zur Eröffnung des Flughafens. Heute sind wir bei 3,5. Das ist mir zu viel, will ich ausdrücklich sagen. Ich habe eben angesprochen, was ich glaube, was wir unternehmen müssen, damit diese Verspätungen aufhören. Aber es muss hin und wieder daran erinnert werden, dass sich die Situation, insbesondere in der Nacht, deutlich verbessert hat. Darüber hinaus haben wir eine Spreizung der Lärmentgelte. Wir befördern Airlines, die modernes Fluggerät einsetzen. Wir befördern und fördern Unternehmen, die in ihren Flugzeugen G-Bass instrumentalisieren. Auch darüber haben wir häufig gesprochen. Es geht in der aktuellen Stunde nicht, das weiter auszuführen. Wir haben aber aus meiner Sicht eine Riesenchance, am Ende des Tages in einigen Jahren deutlich lärmgünstiger anzufliegen, als es heute geht. Wir haben heute schon Lärmkomponenten, die eine Mehrbelastung für Landungen nach 23 Uhr bedeuten. All das ist dringend notwendig und erforderlich. Der Minister wird sicherlich gleich noch sagen, was konkret bei Verspätungen passiert. Da wird der Pilot interviewt. Warum bist du zu spät gekommen? Der muss eine Erklärung abgeben. Die Airline wird schriftlich aufgefordert, das zu tun. Die korrespondierenden Flughäfen werden aufgefordert, Stellung zu nehmen, warum die Maschine zu spät losgeflogen ist. Da gibt es heute schon ein ganzes Maßnahmenpaket, das aber möglicherweise, ich habe die Gebührenfrage angesprochen, noch ergänzt werden muss. Diese Landesregierung hat es gerade in dieser für unser Land so wichtigen Frage geschafft, eine wirtschaftliche Entwicklung am Frankfurter Flughafen zuzulassen und sie zu befördern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass das unter den möglichst günstigsten Umständen, was die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner passiert. Meine lieben Kollegen, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass CDU und GRÜNE gemeinsam eine vernünftige Politik machen. Am Ende des Tages freuen wir uns natürlich auch, wenn das von sozialdemokratischer Seite anerkannt wird. Ich muss Ihnen wieder einmal bemühen, Frau Generalsekretärin Faeser. Herr Kollege, bitte sehr zügig. Herz auf der Zunge. Letzter Satz, Herr Präsident. Thomas Jühe, der Chef der Fluglärmkommission und der SPD-Bürgermeister in Rauenheim, hat dieser Tage gesagt, es hat sich noch nie eine Landesregierung so sehr um das Thema Fluglärm gekümmert wie die aktuelle Landesregierung. Herzlichen Dank. Herzliche Grüße an Ihren Parteifreund. Danke fürs Zuhören. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. – Als Nächster spricht Herr Abg. Marius Weiß für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Boddenberg, ich bin ein bisschen verwundert, dass ausgerechnet Sie das Thomas Jühe Zitat bringen. Das sagte im Umkehrschluss auch, dass Sie 15 Jahre in Regierungsverantwortung vorher eben nichts für den Fluglärm und für den Lärmschutz am Flughafen getan haben. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Ryanair eignet sich hervorragend, um eine Bilanz der schwarz-grünen Flughafenpolitik zu ziehen. Ich brauche dafür keine 224 Seiten in 2.000er Auflage. Ich versuche es in fünf Minuten. In gewisser Weise erinnern die letzten fünf Jahre an das klassische Drama, eine erweiterte Poetik von Aristoteles. In der Exposition im ersten Akt ist der junge und tragische Helltarik nach 18 Jahren in der Opposition voller Elan und Engagement. Er beruft einen Lärmpausengipfel ein mit einem tollen Bühnenbild, dahinter mit vielen Akteuren. Im zweiten Akt dann das retardierende Element, das Hinhalten der Dramaturgie. Es wird Ewigkeiten auf Zeit gespielt, was die Erarbeitung einer Lärmobergrenze angeht, mehrere Fristen verstreichen. Beim Terminal 3 wird auf Zeit gespielt, eine Anhörung verweigert, überflüssige Gutachten erstellt. Dann der dritte Akt, der Höhepunkt. Die Fraport schneidert eine neue Entgeltordnung auf die Ryanair zu. Unser tragischer Held genehmigt sie. Das führt dann unmittelbar zum vierten und letzten Akt der klassischen Katastrophe. Die Ryanair kommt nach Frankfurt mit allen entsprechenden Folgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von dem Lärmpausenmodell oder der Lärmobergrenze wird nicht viel bleiben. Die Lärmpausen sind jetzt erst einmal für ein halbes Jahr ausgesetzt, bis November. Da sieht man ungefähr, wie belastbar dieses Modell ist. Die Lärmobergrenze hat keine Verbindlichkeit. Wir werden einmal darauf warten, wann der erste Monitoringbericht erscheint. Ich glaube, dann wird bei den einen oder anderen da auch ein bisschen Ernüchterung eintreten. Die Ryanair allerdings wird bleiben. Die Ryanair wird gleich dreifach bleiben, Herr Boddenberg. Erstens, was die Sozialstandards angeht. Wir werden nicht akzeptieren, und wir werden niemals akzeptieren, dass sich Firmen in Hessen ansiedeln, die auf dem Rücken ihrer Beschäftigten versuchen, ihre Gewinne zu erwirtschaften. Nicht mit uns. Gestern, beim Deutschen Verkehrspilotentag in Frankfurt, hat sich Ilja Schulz, Präsident der Vereinigung Cockpit, noch einmal deutlich gegen scheinselbstständige Leihpiloten ausgesprochen. Der Druck scheint zu wirken. Ryanair hat angekündigt, erstmals Tarifvereinbarungen mit Gewerkschaften abzuschließen. Gut, dass es Gewerkschaften gibt. Das können Sie sich einmal merken und anschauen, Herr Kollege Schwarz. Wir freuen uns darüber, und wir danken der Gewerkschaft dafür, dass sie hier entsprechend den Druck aufrechterhalten hat. Der zweite Punkt, der bleibt, ist der Umgang mit dem Nachtflugverbot. Es ist doch nicht überraschend, dass eine Airline, die bei Arbeits- und Sozialstandards jeden Rechtsrahmen ausreizt, dies auch beim Nachtflugverbot tut. Das war von Anfang an klar. Wir haben von Anfang an davor gewarnt. Die Metapher vom Zauberlehrling Al-Wazir, Herr Minister, die ich mehrmals bemüht habe, ist daher mehr als zutreffend. Der Minister bestellt ein. Die Ryanair macht einfach weiter. Der Minister bestellt noch einmal ein. Die Ryanair macht einfach weiter. Der Minister gibt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren an das RP Darmstadt ab. Die Ryanair landet danach im April in einer Rekordzahl nach 23 Uhr. Auch heute wird sich der Minister hier wieder hinstellen und beklagen, wie schlimm das alles ist. In acht Tagen wird es einen neuen Monatsrekord geben, weil bereits heute schon 32 Ryanair-Landungen nach 23 Uhr im Mai passiert sind. Herr Minister, einen besseren Beleg dafür gibt es eigentlich nicht, dass Ihnen diese Sache völlig entglitten ist. Sie haben mit dem Ansiedeln von Ryanair die Ursache gesetzt und können nun die Folgen nicht mehr kontrollieren. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Der dritte Punkt, der bleibt, ist die Systempartnerschaft Lufthansa und Fraport. Die Entscheidung der Entgeltordnung, diese zu genehmigen, hat mit dazu beigetragen, das Verhältnis zwischen den Systempartnern Lufthansa und Fraport empfindlich zu stören. Diese Landesregierung, dieser Wirtschaftsminister und dieser Ministerpräsident haben es über Monate und bis heute nicht hinbekommen, einen politischen Beitrag zur Befriedung zu leisten. Im Gegenteil, die Giftpfeile zwischen Lufthansa und Fraport fliegen in den letzten Tagen und Wochen wieder vermehrt. Der Harmonielevel zwischen den beiden, wenn ich mir den anschaue, hat im Moment ein Level erreicht, gegen das die CDU-Kreisverbände, Main-Kinzig und Wetterau eine kuschelige Schmuserunde sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt die Sorge bei der Lufthansa, dass wegen der Ryanair Regeln verschärft werden, die dann auch alle anderen treffen. Diese Sorge gibt es, die sich nicht an die 23-Uhr-Regel halten. Wer Herrn Boddenberg eben genau zugehört hat, der weiß, dass diese Sorge der Lufthansa offensichtlich berechtigt ist. Wir haben im Ausschuss eine Frage an den Minister gestellt. Gibt es Pläne, die Nachtflugregelungen zu verschärfen? Da hat der Minister gesagt, ich zitiere ihn, Entwicklungen und Erfahrungen der letzten zehn Jahre können wir nicht ignorieren. Wir müssen, wenn notwendig, Regeln auch neu bewerten, unter Beachtung der Verkehrsinteressen, aber auch des Lärmschutz. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Herr Präsident, nun ist diese Landesregierung nicht dafür bekannt, dass ihr Handeln auf einer langfristigen Strategie fußt. Sonst könnte man fast auf den Gedanken kommen, dass die Landesregierung in Person des Ministers es genau darauf angelegt hat, dass nämlich diese Debatten entstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die GRÜNEN rühmen sich immer dafür, dass sie nicht für die negativen Entscheidungen des Flughafens verantwortlich sind. Das ist mit dem heutigen Tag zu Ende. Allerletzter Satz. Jede einzelne verspätete Ryanair-Landung in Frankfurt ist eine schwarz-grüne Landung. So sieht es aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Herr Weiß. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN spricht Herr Abg. Kaufmann. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach dem, was der Kollege Weiß gerade gesagt hat, kann man eigentlich die Lust verlieren, hier noch über die Sache reden zu wollen. Weil weiter entfernen von einem sachgerechten Umgang mit dem Thema kann man sich nicht mehr, insbesondere, was Ihren letzten Satz angeht. Wir haben über eine hier von niemandem im Hause besonders geliebte irische Fluggesellschaft zu reden, die eine Zulassung in der europäischen Gemeinschaft hat und insoweit auch am Flughafen Frankfurt wie an allen übrigen der Gemeinschaft operieren kann, das heißt starten und landen. Wenn wir uns wenigstens darüber einig wären, müssen wir sie nicht mögen. Wir GRÜNE mögen sie auch nicht. Der Kollege Weiß und andere haben etwas dazu gesagt, über ihre Geschäftsverhältnisse, die sie intern hat. Das kann man nur kritisieren. Nur, meine Damen und Herren, das führt noch nicht dazu. Dann sind wir bei einem Punkt, den man leider und manchmal schwer hat, hier darzustellen. Wir können nur das gegen sie machen, was am Ende auch Erfolg hat, und zwar in einem Rechtsstaat. Deswegen müssen wir die Regeln beachten. Wenn das so schön hier dargestellt wird, dann blutet mir geradezu das Herz. Nur, verehrter Kollege Weiß, auch die Kollegin Wissler müsste es zur Kenntnis nehmen, wir haben am Flughafen Frankfurt höchst bedauerlicherweise kein Nachtflugverbot. Wir haben eine Nachtflugbeschränkung, die gerne Nachtflugverbot genannt wird, die auch immer einmal so propagiert wird, die es aber nicht ist. Erstens beginnt die Nacht. Dieses Nachtflugverbot verdanken wir dem Planfeststellungsbeschluss von 2007, von der Regierung Koch und übrigens im Wesentlichen verantwortlich gestaltet von einem SPD-Staatssekretär, wie Sie vielleicht erinnern werden. Wir haben kein Nachtflugverbot, sondern wir haben eine Beschränkung in zwei Teilen, nämlich erstens für die sogenannte Nacht zwischen ... Sie haben keine Nachtflug! Wir haben es nicht. Wir haben eine Beschränkung. Das ist ja der Ärger. Was glauben Sie, wie gerne wir das hätten? Wie gerne wir einen anderen Zustand hätten? Herr Kollege Schaus, wir haben es heute schon mehrfach feststellen müssen, der Umgang mit dem Rechtsstaat ist bei der LINKEN sehr ausbaufähig. Im Augenblick scheint es eher Verständnislosigkeit zu herrschen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wir werden und wir tun das, was die GRÜNEN mit zu vertreten haben, was die Landesregierung insgesamt tut. Wir sind keine Exekutive, wie Sie wissen. Wir können nur dazu etwas sagen. Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die Nachtflugbeschränkung so weit es irgend geht durchzusetzen. Genau das hat der Kollege Staatsminister Al-Wazir in mehreren Ausschusssitzungen intensiv dargestellt. Die letzte war im April. Das ist noch nicht so lange her. Dann kommen wir zu dem von Ihnen so gepflegten, gerne wiederholten Irrtum, dass es unzulässig sei, nach 23 Uhr zu landen. Das ist es leider nicht. Es ist unzulässig, nach 24 gleich 0 Uhr zu landen. Nach 23 Uhr ist die Landung zulässig, sofern sie sich nicht aus der Flugplangestaltung ergibt. Das sind wir einig. Jetzt sind wir wieder beim Rechtsstaat. Woran erkenne ich, dass eine Landung und kann es auch nachweisen, dass eine Landung sich verspätet aus der Flugplangestaltung ergibt, dass sie erstens stattgefunden haben muss, zweitens, dass ich dann die Umstände prüfe. Insbesondere dann, wenn der gleiche Sachverhalt sich wiederholt, nämlich systematischen Charakter aufweist. Genau dieses Verfahren betreibt das Ministerium. Das wurde uns mehrfach dargelegt. Genau das ist richtig. Deswegen kriegen wir Ryanair schon auch noch, wenn das, was Sie behaupten, tatsächlich stimmt. Wenn nämlich der Flugplan, wie Sie hier dargestellt haben, gibt es viele Hinweise darauf, dass das so sein könnte. Aber im Rechtsstaat brauchen wir den Beweis. Genau um den Beweis geht es. Darum bemüht sich das Ministerium mit all den Maßnahmen, die Ihnen bekannt sind. Deswegen ist das, was Sie hier treiben, keine Hilfe in der Sache für die Lärmgeschädigten, sondern ausschließlich ein Stück weit möglicherweise auf die landtagswahlbezogene Propaganda. Das dürfen Sie machen. Nur eines sollten Sie nicht vergessen. Sie kennen auch, was wir Neudeutsch unter Framing verstehen. Je öfter Sie das Wort Ryanair hier in den Mund nehmen, gar noch verbunden mit dem Wort Billigflieger, desto dankbarer ist Ihnen diese Firma, weil sie dann mehr Werbungskosten spart und trotzdem immer wieder bekannt wird. Das sollten Sie nicht vergessen. Vielen Dank. Vielen Dank.